So meine lieben Leute, wir sind jetzt hier im Frühstücksraum und wer ist natürlich vorne und holt sich was? Poldi. Schönes Essen. Ja, mmmm. Drei Sterne. Drei Sterne, genau. Genau. Und hier haben wir mal schön das Frühstücksbuffet mit allem, was dazugehört. Ihr könnt euch mal schön reinziehen. Nicht, dass ihr jetzt Hunger kriegen würdet, aber da gibt es dann noch mehrere Sachen. Mal hier schauen. So, ja, das ist doch alles mal schön, was das jetzt begehrt. Schön mit Müsli. Ja, das ist der Raum und da sitzen die anderen Bekloppen von uns. Alle schön aufgestylt heute Morgen. Poldi sieht noch ein bisschen grün hinter den Ohren aus, aber ich meine, ihr habt ja die Bierpolen im anderen Film gesehen, bleibt ja auch irgendwo nicht aus. Das war Venom. Genau. Der Venom, der ist natürlich der Schlimmste gewesen. Der hat richtig, ne? Richtig zugegangen. Na, gucken, ja? Ein bisschen Gummis aus, ne? Genau, genau. So. Poldi, schön. Also das sieht auf jeden Fall ein bisschen ordentlicher aus, wie bei dem im Zimmer, ne? So, bis zum nächsten Film. Tschüss.